Amenecker, Bruno, Kommissar der Luzerner Polizei. In Finsterwald bei Entlebuch ist sie aufgetaucht, diese Moorleiche. Als Entlebucher wollte ich natürlich genau wissen, wer da im Hochmoor lag. Ein Einheimischer? Doch die Suche war gar nicht so einfach und führte mich bis nach Hamburg und zurück in die Vergangenheit, als man im Entlebuch nach Öl gebohrt, aber Gas gefunden hatte. Ob ich, das wäre ja durchaus möglich, das schwarze Gold gefunden habe, verrate ich hier natürlich nicht. Lust auf Action, Spannung und viel Humor? Emmeneckers Hochmoor. Jetzt im Buchhandel. Vielen Dank. Vielen Dank.